In diesem Video stelle ich dir das Forex Freiheitssystem von Jürgen Wechsler vor. Ich stelle dir vor, was es inhaltlich zu bieten hat und ob sich die Anschaffung lohnt oder nicht. Ich teile einfach mal meine Meinung mit dir und gebe dir exklusive Einblicke, so dass du nach dem Video weißt, ob du dir das Ganze zulegen möchtest oder nicht. Du findest einen Link in der Videobeschreibung, dort kannst du das Ganze für 1 Euro testen und jederzeit kündigen. Wenn du das Ganze gekauft hast, bekommst du dann eine E-Mail, in der du weitere Informationen bekommst. Du bekommst hier einmal die Insider Reports, dann hier weiter unten findest du noch den Bonusbereich und natürlich bekommst du auch noch die Handelssignale zugeschickt. Ich gehe einfach mal hier durch, durch das Ganze und dann gehen wir einfach mal auf Wahl des Forex Brokers. Nun, ich weiß nicht, wie dein Kenntnisstand ist, aber was ist überhaupt Forex, bevor du einen Forex Broker auswählst? Der Forex ist der Handel mit Währungen und es ist im Prinzip ganz einfach. Du hast das bestimmt schon öfters gemacht, wenn du vielleicht schon mal im Ausland warst, dann hast du dort dein Geld gewechselt, in eine andere Währung getauscht und da hast du im Prinzip ein Forex Handel getätigt. Und der Forex ist ein Online-Devisenhandel und der ist sehr populär geworden in den letzten Jahren und es gibt halt eben viele neue Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel 24 Stunden am Tag im Devisenhandel handeln, 5 Tage die Woche natürlich. Es gibt auch keine feste Geschäftszeit, weil der Handel ja immer in Bewegung ist. Was auch noch dafür spricht, sind unter anderem die Handelskosten, die sehr gering sind, da Forex-Händler günstige Wechselkurse erhalten. Und du bekommst dann hier eben die Information, wie du einen sicheren Forex Broker auswählst. Und die Vorteile von dem Forex-Freiheitssystem sind einfach, also zum Beispiel, wenn sich die Währungen bei großen Devisen und dem DAX ändern, bist du eben informiert von dem Forex-Freiheitssystem. Der Vorteil liegt einfach darin, dass du eben sofort das Ganze überlegen kannst, neu reagieren kannst und dein Kapital eben neu investieren und die Verluste eben eingrenzen kannst. Und die Handelssignale haben im Durchschnitt einen Wert von 100 Euro. Und ja, eben hier bekommst du dann diese Checkliste. Ich zeig dir einfach mal die Einführung. Und da die Einführung, denke ich mal, kann ich dir einfach mal zeigen. Ja, gehen wir weiter in das nächste Forex Insider Report. Und auch hier wieder gehe ich auf die eine Einführung. So sieht das Ganze dann aus. Dann gehen wir über in das Forex-Freiheitssystem, in die Checkliste. Und hier zeige ich dir auch mal die ersten paar Punkte. Die Checkliste ist sehr hilfreich, wenn du mich fragst gerade. Also du musst wissen, das ist natürlich in der Premium-Version nur erhältlich, in der Basic glaube ich nicht. Und hier bist du einfach durchgeführt, ob du alles wirklich verstanden hast und das Ganze dann auch wirklich umsetzt. Dann gehen wir weiter in das nächste Forex-Freiheitssystem. Und dann hier, wie sie mit 5 Minuten pro Woche finanzielle Freiheit mit Forex umsetzen. Und ja, das, was das hier so besonders macht, ist, dass es eben, ja, wie bei anderen Anbietern ist es einfach so, dass sie eben mit Software und automatisierter Technik jemanden zu beeindrucken versuchen. Und das macht hier halt eben Jürgen nicht, sondern es geht hier eher darum, dass die Signale zeigen, wie sich der Wind am Währungsmarkt dreht, sozusagen. Und das Einzige, was du eben tun musst, ist, das Investment nach dem Signal zu tätigen. Und so kannst du dann auch wirklich 18% oder mehr erzielen oder noch mehr Wertsteigerung bei einem Geschäft. Hier für unten ist dann auch das Inhaltsverzeichnis, was Währungsinvestoren wirklich brauchen. Das Forex-Freiheitssystem, Stärke-Indikator. Und da kannst du ja mal durchlesen. Dann gehen wir weiter in den nächsten Report. Auch hier gehe ich mal ins Inhaltsverzeichnis. Du kannst hier auch noch ein Telefonat führen. Und dort bekommst du eben die besten Handelsstrategien. Persönlich am Telefon. Je nachdem, welche Version du kaufst, kannst du auch noch ein Face-to-Face per Skype eine Konferenz bekommen. Ich persönlich schätze das Ganze so ein, dass es eben für Einsteiger ideal ist, aber auch für Fortgeschrittene. Die Insider-Reports mit dem Trading-System ist ziemlich cool. Und dass man die Handelssignale per Mail bekommt. Somit kann man dann auch wirklich sein Risiko minimieren. Und wie du bereits gesehen hast, was ich auch cool finde, er verzichtet auch auf unnötiges Blabla und der persönliche Kontakt eben einfach. Also zusammengefasst finde ich es einfach vernünftig. Meine Einschätzung ist, dass es einfach das hält, was es auch verspricht. Und von daher kann ich es auch wirklich empfehlen. Klick einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Teste das Ganze für 1 Euro. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du ja jederzeit kündigen. Also zu verlieren hast du eigentlich nichts. Und ja, ich hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.